Hallo DWZ-Fans, ich bin's Jan Philipp Hullmann und bin heute unterwegs im Supermarkt, denn ich suche Sachen, die ich auf den Grill werfen kann. Und das Angebot ist groß. Ich entscheide mich für die gute alte Bratwurst. Und ob vegan, vegetarisch oder auch aus Fleisch, die Supermärkte machen sich bereit für die Grillfans. Und die, die haben Jap auf Bratwurst. Es darf nämlich wieder gegrillt werden in Niedersachsen und zwar im Freien. Und das zusammen. Aber bevor jetzt die ersten Grillmeister zu übereifrig an den Start gehen wollen, Vorsicht, es gibt gewisse Regeln. Fest steht, Picknicken und Grillen im Freien ist wieder erlaubt. Es gelten neue Corona-Regeln. Es ist die fünfte und letzte Phase im niedersächsischen Stufenplan und die besagt, im Freien grillen, picknicken und zusammensitzen, das darf man wieder. Und eine weitere Regel, die es auch schon vorher zu beachten galt, die gilt weiterhin, der, der grillt, der darf auch als erstes essen. Zumindest probieren. Mahlzeit. Zumindest probieren. Zumindest probieren. Zumindest probieren. Zumindest probieren.